Was macht ihr, dass euer Geschäft nach der Krise wieder erfolgreich ist? Wir sind auf Haptik spezialisiert. Anstelle von Giveaways entwickeln wir Gedächtnisanker. Und mit Hilfe des Storyfinder schreiben wir Geschichten, die ihr jetzt schon brauchen könnt. Wie würde beispielsweise euer Chauffeur euer neues Produkt präsentieren? Oder wie bringen dir einen Kunden auf Probefahrt, bevor er einsteigt? Insgesamt sieben verschiedene Perspektiven haben wir unserem Storytelling-Angebot. Schaut selber, welche das am besten würde passen, damit euer Betrieb nach der Corona-Krise wieder aufblüht. Wie können wir euch unterstützen? Ihr könnt bei uns beispielsweise eine knackige Story bestellen oder ein Erklärungsvideo. Einfach pragmatische Ideen aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr mir anruft. So, ich kann es befolgin. Ich muss bei allen Schrauben die Schraubung etwas machen. Und dann kann ich es nicht. Das war's.